Wir wollen das Aufstiegsversprechen unserer Generation erneuern. Der nächsten Generation soll es besser gehen als der jetzigen. Dafür arbeiten wir. Dafür brauchen wir die besten Ideen aus ganz Deutschland. Wir haben beim Debattencamp eure Ideen gesammelt, anschließend in einen Antrag gebracht und heute mit über 500 Änderungsanträgen fleißig diskutiert. Ihr konntet euch einbringen beim mitgliederoffenen Deutschlandrat. In unseren 27 Punkten setzen wir uns beispielsweise für eine bessere Bildung ein, wollen eine nationale Schul-Cloud schaffen und die Mini-Jobs von 450 auf 600 Euro erhöhen. Wir wollen starke Familien. Deswegen werden wir das Ehegattensplitting zum Familiensplitting weiterentwickeln und die Grunderwerbsteuer fürs erste selbstgenutzte Eigenheim abschaffen. Denn der Traum von einer eigenen Wohnung, einem eigenen Haus, muss endlich wieder wahr werden. Und wir wollen eine bessere Umwelt, eine lebenswerte Umwelt. Und dafür setzen wir auf das 1,5-Grad-Ziel. So ein starker Antrag ist nur möglich, wenn alle mitmachen. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die sich eingebracht haben in diese starke Debatte. Denn wir wollen eine starke Handschrift der jungen Generation im Regierungsprogramm von CDU und CSU. Fallende Inzidenzen, steigende Impfzahlen. Und deswegen ist Deutschland bereit für den Aufbruch. Wir brauchen das Aufstiegsland. Genau jetzt. Wir brauchen das Aufstiegsland. Wir brauchen das Aufstiegsland. Wir brauchen das Aufstiegsland. Wir brauchen das Aufstiegsland. Vielen Dank.